Die vom Zwielicht verheißene Zukunft ist so nah. Ein Opfer für eine neue Weltordnung, in der weder Licht noch Chaos herrschen. Eine neue Ära. Wir sind Ordnung. Zweifelt nicht an unserer Stärke. Jetzt ist er aber auch tot. So. Seelendiener Freiheit sehnen. Okay. Ja, also habe ich ja eben gesagt, die Kämpfe sind zu laut. Soll ich es leiser machen? Da wurde nichts gesagt. Hier ist es zu spät. Jetzt hat es mich nicht gehört. Ja, da können die Kämpfe nicht laut genug sein, oder? Ja, das war Opa Rainer. Opa Rainer ist wieder in der Haus mit einem Ehrhorn. Danke für die 100 Bits, Opa Rainer. Sehr cool. Du bist wieder da. Ja, und ziemlich laut bist du wieder da. Ja, man hat dich eindeutig gehört. Schön, dass du da bist. 100 Bits. Und damit ist Opa Rainer weiterhin auf dem ersten Platz. 85.805 Bits hier bis jetzt gespendet. Zu diesem wunderschönen Stream beigetragen, dass der immer wieder neu startet hier und für euch da ist. Ja, Opa Rainer. Ein Megasponsor hier. Wunderbar. Ich gucke mir normalerweise nicht die Story selbst an. Ninivehs habe ich alles gesehen. Okay. Ja, da sind ja viele Dämonen-Sachen gewesen und Kämpfe und dann ist ja auch viel rumgeflogen und so. Jedenfalls gab es eine Storyline, wo Niniveh eines ihrer Flügel verdorben wurde von der Dunkelheit. Oh. Ja, da kann ich mich jetzt gerade gar nicht dran erinnern. Vielleicht kommt das erst im Volt. Das ist vielleicht schon in der Zukunft. Unzählige träumten in der Vergangenheit. Sie träumten von dem, was sie wünschten. Oder vielleicht von dem, was sie einst verloren. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Armel. Hast du dich entschieden? Gut. Der Tag verblascht. Nacht bricht über die Ära der Götter herein. Aber ist das das Ende? Wo das Werk der Götter endet, ergreift das Zwielicht die Macht. Die Zukunft gehört uns. Die Zeit des Erwachens ist da. Ich hoffe, du kannst deine Reise beenden, ehe die Nacht hereinbricht. He, 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 he. Oh, oh, oh. Amen. Dann hat das Licht... Die Delaine sind gerettet. Du warst es. Wir haben Sakrias Plan durchkreuzt. Viele Leben wurden heute gerettet. Die Delaine sind gerettet. Ja, es war ja nicht ganz klar, ob der Amel böse wurde, weil der so viel mit dem Dämon abgehangen hat. Aber wie es aussieht, ist alles gut. Gut, er hat die Delaine gerettet. Das hört sich gut an. Ach, Mel. Was wollte er hier? Der Delaine sieht sich um. Es war, als hätte er jedes Quäntchen Energie hier in sich aufgenommen. Das war machtvoller als alles, was ich hier gesehen habe. Was hat Amel deiner Meinung nach vor? Noch habe ich keine Ahnung, aber wir sind auf seine Bitte hierher gekommen. Und er erzählte uns von den Grausamkeiten, die Sakria hier begangen hat. Dank ihm konnten wir diesen Wahnsinn ein Ende setzen. Ich denke, Amel konnte einfach nicht wegschauen. Er ist immer noch der gleiche Mann, mit dem wir durch Luthera gereist sind. Er setzt sich noch immer für die Schwachen und Machtlosen ein. Du hast recht. Richtig. Du hörst Fußschritte, die in deine Richtung kommen. Jemand kommt. Ah, hier Deriko kommt. Ja, Amel hat eine wichtige Rolle schon seit Anfang an vom Spiel. Und jetzt hat er halt im Endeffekt seine Art gerettet. Er ist ja auch so halb Dämon. Nur ein bisschen stärker, würde ich sagen, als die anderen. Ja, vielleicht wollte er das, was er als Kind durchgemacht hat, jetzt denen ersparen oder so. Komm ich etwa zu spät? Es ist viel passiert, seit ich weg war. Ja, Deriko betrachtet die Statue. Diese Statue, sie ist ein heiliges Artefakt von Sakria. Doch die Macht, die er einst inne wohnte, scheint verschwunden zu sein. Sie ist antik, aber ich kann nicht genau sagen, wann sie gefertigt worden ist. Wie ist sie hier in Plekia gelandet? Ich werde sehen, was ich über diese Statue herausfinden kann. In der Zwischenzeit sind alle Delaine aus Phaeton evakuiert worden. Du hast es leicht gemacht, indem du die ganzen Priester des Zwielichs ausgeschaltet hast. Die Familie Vedice wird sich fürs Erste um sie kümmern. Ich werde Bericht erstatten, sobald ich die Verletzten versorgt habe. Danke, das alles wäre ohne dich und Tireen nicht möglich gewesen. Ich werde mich um das unterirdische Heiligtum und die Streitkräfte des Zwielichs kümmern. Lass uns draußen über die Details deiner Untersuchung sprechen. Es ist geschafft. Wir können nach draußen. Verlasse das Heiligtum. Wir machen das per Flucht. Es scheint keinen Ausgang zu geben. Wir haben wieder eine große Story geschafft. Mit schönen Zwischensequenzen, muss ich sagen. Aber Kundi hat uns darauf hingewiesen, auf Ninevehs Storyline und die Delaine und ihren Flügel und sowas alles. Ich habe Nineveh nicht komplett durchgehabt, weil die ja nicht komplett in der Beziehung oben war. Ich weiß nicht, ob das eine Beziehungsquest war, die letzte oder so, dass sie die Geschichte von sich erzählt hat. Aber wir können ja mal kurz nachgucken. Ja, wir haben ja die Möglichkeit, Wir können ja immer noch mal Review passieren lassen, was so passiert ist bei Nineveh. Das gucken wir gleich mal nach. Sie bauten ein unterirdisches Heiligtum für derlei Schandtaten. Die Priester des Zwielichs bauten ein Kellergefängnis unter dieser Kathedrale, weit weg von Sakria und nutzten es lange Zeit. Im ganzen Gefängnis gibt es Spuren verschiedener Experimente. Ich sehe überall Kauscherben und Symael-Blutsteine herumliegen und sogar Spuren von Versuchen an Menschen. Hier müssten unzählige Leute ermordet worden sein. Ich schäme mich so. Ich wusste nichts davon. Aber du hast viele Leute gerettet. Jeder Priester hätte dasselbe getan. Ich hoffe nur, dass dies das einzige Schlimme ist, was das Zwielicht getan hat. Das Relikt im Keller der Ignis-Kathedrale. Ich denke, wir müssen es weiter untersuchen. Es mag jetzt zwar leer sein, aber die Energie, die darin war, sie fühlte sich irgendwie anders an. Warum hatte das Zwielicht eine solche Kraft? Das müssen wir weiter untersuchen. Oh, ich habe einen Bericht über die Priesterin namens Claudia. Der Name, der auf dem Rosenkranz stand. Laut den Aufzeichnungen des Ordens war sie eine Sakrier-Priesterin. Offenbar wurde sie vor 20 Jahren für das Verbrechen verurteilt, vom Orden gestohlen zu haben. Du solltest dir die Sache mal ansehen. Ja, das war ja die Behüterin von Amel. Nicht die richtige Mutter, würde ich sagen. Der Schatz des Ordens. Aufzeichnungen über Klaue der Priesterweil von Sakrier-Entfang aus für 100 Priesterbischof Antonio gegen Doktrine verstoßen und nach dem Stehen eines wichtigen Schatzes des Ordens weggelaufen. Als Heretikerin verdammt und in Plekia gestorben. Zeige T-Rei in dieser Aufzeichnung. Der wichtigste Schatz? Der Schatz des Ordens, Amel. War er das? Was? Er war der, dass es war? War das das, was es wäre? Wer war? Was war es? Den Satz konnte ich aber jetzt nicht so richtig gut lesen. Was war der Satz? Was war es? Ja, war es was? Okay, T-Rei zögert. Ich werde die Spuren des Archons finden. Ich habe gehört, dass wir vor kurzem den Kontakt zu den Dämmerungspriestern verloren haben. Ich denke, das hat mit dem Zwielicht zu tun. Und auch damit, dass wir den Kontakt zum Papst verloren haben. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen, da er sehr mächtig ist, aber wer weiß, wozu sie in der Lage sind. Ich springe die Delaine zurück nach Phaeton und kehre zurück, sobald sie sich erholt haben. Mach dir keine Sorgen um die Geschehnisse in der Ignis-Kathedrale. Die Dämmerungspriester sind auf dem Weg. Wir stehen tief in deiner und T-Rains Schuld und auch Pater Amels. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum Amel mich hierher gerufen hat. Jemand muss die Verbrechen und Missetaten korrigieren, die der Orden bisher begangen hat. Ich werde nicht nachlassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Möge bis dahin der Schutz des Lichts immer mit dir sein. Ja, ich würde sagen, wir haben große Sch... Kehren wir fürs Erste zu Shandi zurück. Ja, große Geschichte geschafft. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Aber jetzt forschen wir noch mal ein bisschen nach. Also nur ein bisschen. Wir übertreiben es jetzt nicht mit den Erinnerungen oder so. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sich noch mal in Erinnerungen zu bufen. Wer ist Niniveh? Was ist Armel? Was waren denn das für Storys? Ja, was ist denn da mit denen gewesen? Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich wüsste jetzt gar nicht genau, welches die richtige Erinnerung ist. Wir gucken jetzt einfach noch mal rein. Weil hier auf der Gletscherinsel... Ne, hier... Es gibt Inseln, die haben richtig schöne Geschichte. Hier die Sternlichtinsel, ne? Ja, das ist schöne Musik. Ja, das stimmt. Da ist schöne Musik. Aber die brauchen wir uns jetzt nicht anzuhören. Flüsterholm. Da ist... Dings drauf. Da kommen die kleinen Tiere. Lied der Tiere. Erweckte Niniveh. So, das könnten die zwei Filme sein, die Kundi meint. Weil hier ist Niniveh auf dieser Intel zu Hause. Wir gucken mal gerade rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob man da sieht, was mit Niniveh passiert ist. Also ich kann mich gar nicht an den Flügel erinnern, der... Vielleicht war ich da aber auch weggedrehten irgendwie. Ich bin mir nicht an den Flügel erinnern, aber ich kann mich gar nicht an den Flügel erinnern. Ich bin mir nicht an der Flügel ist. Ich war Dank. Da sind die Flügel eindeutig im Orten. Also das war es jetzt gerade nicht. Die ist einfach jetzt aufgewacht. Vielleicht erzählt sie jetzt ihre Geschichte. Aber ich glaube, ich muss eh in Amels Geschichten nachgucken oder so. Ich glaube nicht, dass es mit Nindewi groß zu tun hat. Wenn du dich anstrengst, kannst du sie hören. Fergris, der auf die andere Seite des Meeres flog. Bechta Luen, der in den Nebel verschwand. Und sogar Vakan, der in Petrania erwacht ist. Schon ganz bald entscheidet sich ihr Schicksal. Auch der Rotmond geht bald auf. Doch das ist in Ordnung. Denn ich kann sie beschützen. So wie bisher auch. Nee, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das sehen kann. Hm. Ich glaube, ich bin überfragt. Mit Gefährten vielleicht hier irgendwo. Moment. Nindewi. Die Mystiker und Kakuzet und Nindewi trifft Vechta Luen. Das könnte irgendwas sein. Hier bin ich bis hohe Hände Geschichte. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich die Geschichte hier von 8 bis 15 noch sehen würde. Könnte. Wie habe ich denn diese Geschichte freigeschaltet? Ja, das können wir jetzt mal nachgucken. Sag dem Wächter, dass es eilt. Meier Zeit ist wertvoll. Ach, sieh mal einer an. Die große Lasene. Was hast du hier zu suchen? Karkul Seiden. Karkul Seiden. Mir gefällt ja am besten die Stimme von Karkul Seiden bei den ganzen Sachen. Ich mag ja ohne Ende die Deadpool-Stimme, die Synchronisationsstimme von dem. Ja, da waren wir in einem Dungeon, das weiß ich noch. Schlucht der Wächter. Ich weiß gar nicht, wo wir die überall gesehen haben, die Nenewe. Grüße, Luen. Lang habe ich deine Rückkehr erwartet. Ich habe dich auch vermisst. Wir müssen Vergriss sehen. Ja, da war mit den Drachen das Thema. Na genau, da war die dann bei Luen, das war in dem chinesischen Bereich. Dann waren wir bei Tortoy. Also ich wüsste jetzt nicht, was da die Geschichte ist. Dann hatten wir natürlich auch Geschichte, wie die oben nach Egazia geflogen ist. In das Himmelsreich. Aber ich bin echt gerade voll überfordert, was du mir da für eine Geschichte erzählst, Kundi. Ich kenne die nicht, die Geschichte mit dem Flügel oder so. Also, sagt mir nichts. Wenn die jetzt hier nicht kommt, weiß ich es nicht. Es ist schön, dein Gesicht zu sehen, alter Freund. Ich höre Stimmen aus dem Rissen. Seine Stimme. Wir hielten sie schon mal auf. Wir tun es wieder. Ich werde dich beschützen. Meine alte Freundin, möge das Licht mich auf ewig segnen. Am Tortoy kann ich mich noch super erinnern, aber an Nineveh gar nicht so, dass die da überall schon bei war. Ich bin gerade ganz verwundert, dass ich die vor Flüsterholm schon so oft gesehen habe. Ist ja lustig, dass ich Nineveh schon so oft im Spiel getroffen habe, obwohl ich gar nicht wusste, dass es die ist. Die war am Anfang irgendwie so eine unwichtige Rolle, oder? Das war doch immer eigentlich mehr so Amel und Termine oder wie der hieß. und Terrain und so. Nee, nee, wir hatten dich gar nicht so auf dem Schirm am Anfang vom Spiel. Es tut richtig gut, sich zu erholen. Wie friedlich es ist. So wunderschön. Das weiß niemand, aber es gibt keinen, mit dem ich lieber hier wäre. Oh nein, jetzt bin ich ganz verlegen. Erzähl niemandem davon. Versprochen? Ich glaube, das kam jetzt aus der Beziehungsquest, dieses Gespräch. Das hatte auch nichts mit ihrer eigentlichen Geschichte zu tun. Deshalb, ich glaube, das könnte was sein. Roter Mondschatten. Ich glaube, hier ging die Action ab. Der Tag, an dem die Dunkelheit den Himmel füllte. Dein Wegbefehl, nicht wahr, Nineveh? Das war alles deine Schuld. Denkst du, du legst mich erneut rein? Du lernst es nie, Kakur Zayden. Ja, an die Szene kann ich mich noch gerade so erinnern. Aber Flügel habe ich da jetzt auch nicht gesehen. Ehrlich gesagt. So, jetzt sind wir wieder auf der Flüsterholbinsel. Da hat die mir irgendwann mal ein bisschen Geschichte erzählt, was hier so passiert ist oder so. Aber ich weiß nicht, ob es die jetzt ist. Ja, der Bart ist auch wichtig. Der hat auch viele, viele Geschichten mit zwischendurch erzählt. Der ist auch ein wichtiger Kerl. Der ist auch mal wieder dabei. Ich glaube, da haben wir nur das Lied der Lanz nicht bekommen. Ne, seht ihr? Da fehlen mir viele Zähne noch von Nineveh. Krass. Überall in Arkesia sind Chaos-Portale aufgetaucht. Und mit ihnen kommt auch die Rückkehr der Chaos-Wächter. Wir müssen bereit sein, sonst gibt es wieder einen Albtraum. Wie vor fünf Jahrhunderten. Nineveh? Zeig ihnen, was du gesehen hast. Wenn der Ruf vorauf geht, wo stille Welt umfängt, wird das Gälete-Sicht endlich so schnallen, wie es vorgesehen war. Jetzt ist unsere Zeit. Südvern. Genau dort wird der große Krieg beginnen. Ja, das haben wir rausgefunden. Aber danach gibt es keine Geschichte mehr von ihr. Seht ihr? Ich habe jetzt bei YouTube mal geguckt und bei Google. Es gibt wohl neun Cutscenes von ihr, aber hier hat sie schon 15. Also irgendwie, da fehlt mir irgendwas. Irgendwas. Ich weiß nicht, was mir fehlt von ihr, aber das mit dem Flügel und so, habe ich nicht. Vielleicht kriegst du es ja nochmal raus, Gundi. Ich habe nicht mehr Geschichte von ihr. Also der Rest der Geschichten sind dann alles andere Leute. Ich weiß nicht, ob hier unter den verschiedenen Bereichen nochmal eine Nineveh zu sehen ist. Hier kann man auch nicht durchsuchen. Ich glaube, die Gefährten-Sachen sind dann ja auch eh so die Geschichten mit den Gefährten von der Beziehung her. Obwohl, das waren ja nicht alles Beziehungs-Cutscenes gerade. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da mehr von der haben sollte. Also ich habe jetzt alle Sachen nachgeguckt. Ich habe Flüsterholm nachgeguckt. Klar, Elgazia hatte die viel Geschichte. Da ist sie ja mit uns da hochgeflogen. Und dann hat sie ja auch viel erklärt, was da oben passiert ist in Elgazia und so. Ja, das weiß ich alles. Ich habe auch noch nicht alle unvollendeten Geschichten hier, wie es aussieht. Epilog habe ich auch noch nicht oben in Elgazia. Da müsste ich auch nochmal gucken, ob ich da die Erinnerungen alle finde. Da fehlt mir auch noch einiges. Also ich bin ja bei manchen Sachen noch nicht komplett durch in den Gebieten. Ich würde auch sagen in Felddon doch, da habe ich alles gesehen. Doch, nee, also in Felddon gab es natürlich auch viel Geschichte über Carmine und sowas. Das ist halt, Carmine so heißt der, ne? Ich bin ganz immer verwacht. Ihr redet immer über den neuen Terramine als Raid oder so, als Boss. Und ich denke die ganze Zeit an Carmine. Ja, ist doch blöd, dass die auch Mine heißen, alle beide. Carmine fand ich ja cool. Den da finde ich ja cool. anget追te. Ah! 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 Du bist gar nicht so schlecht. Hast du das Dunkel befreit? Nein, ich sehe nur zu. Um mich solltest du dir keine Sorgen machen. Der schwarze Regen kommt. Ich wünsche dir Glück. Du wirst es brauchen. Der nächste Boss wird ja die ganze Zeit schon angekündigt. Wir müssen jetzt mal nach Voldis und so. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen mehr Geschichten angucken. Wir müssen hier in Plekia weiterkommen. Da sind wir auch noch nicht komplett durch. Wir spielen einfach mal weiter. Und wenn es dir noch einfällt oder wenn du noch Zeit hast, Kuni, dann kannst du dir mal erzählen. Es ging darin um Thermain und Kardan. Willst du die Geschichte hören? Um Thermain und Kardan ging es. Ja, Kardan. Es gab so viele, viele Geschichten über diesen Kardan und so. Ja, war vielleicht noch was. Ne, das haben wir eben geguckt. Ne, Leute, kann ich euch nicht zeigen. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie eine Gebietsgeschichte war mit irgendeinem. Welthermain und Kardan haben ja nichts mit zu tun. Ich weiß, wir haben irgendwann mal eine Geschichte gesehen über diese Dämonen. Ja, hier ist Amel übrigens noch, als er ganz normal am Anfang ganz nett rumgelaufen ist. Ich weiß, wir haben viele Dämonengeschichten gesehen, aber ich weiß überhaupt gar nicht mehr. Hier, ne, da haben wir natürlich die Dämonen alle, ne. Davon wären in einer Reihe. Hier, Nineveh, Akan und Nineveh, vielleicht Akan und Nineveh, vielleicht sind es die. Alle Nachfolgen wollen wir, glaube ich, nicht angucken. Aber vielleicht könnte das ein Hinweis sein. Gucken wir mal gerade. Hier kamen die Akan. Ne, Spoiler möchte ich nicht sehen. Soweit bin ich halt von der Geschichte nicht. Ja, wenn du mir jetzt aber sagst, das ist ja eine Geschichte, die spoilert, dann habe ich sie ja noch nicht gespielt. Das hatte mit Südvern wieder nichts zu tun. Okay. Ja, weil da ist der aktuelle Raid-Boss, ne. Der Akan ist ja der aktuelle Legions-Raid-Boss. Und um den geht es hier gerade und um die Nineveh auch. Ja, aber, dass die irgendwas mit Fetern und denen die Lane zu tun hat, habe ich nicht im Kopf. Ja, ich bin nicht mehr. Das waren schon interessante Geschichten damals. So, die cutten wir jetzt auch wieder. Nee, das war alles nur die Geschichte da drin. Oh Gott, jetzt habe ich dadurch, dass ich gesagt habe, folgende bitte zeige. Oh, da ist wieder Katma. Wann wird der eigentlich mal zum Boss? Was vom Plan der Kommandanten. Aber... Du beeilst dich besser. Ja. Hahaha. 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 Da im Hintergrund, wer da sitzt, der sieht interessant aus. Schön, dass du es geschafft hast. Jo, das haben wir alles schon geschafft, ist alles lang, lang her. Ähm, war in Südvern, ne? Und, äh, genau. Darum... Ja, das da wird wohl Thea Mann sein, oder? Kann das sein? Vickers. Ja. Vickers. Vickers. Wenn du da gerade machst, draus findest, oder nochmal erklären kannst, fände ich super. Wir machen jetzt aber erstmal Peck hier weiter. Wir wollen nämlich noch ein bisschen Items upgraden. Wir wollen noch ein bisschen Geschichte hier. Und ich möchte mal Voldis, ich möchte auf den nächsten Kontinent. Also müssen wir weitermachen. Sakras Illusionsladen. Ja, wir wissen jetzt, was mit den Delayen hier passiert ist. Wir haben gesehen, Amel hat sie jetzt alle gerettet mit uns. Also alles ist wieder gut. Die gehen nach Phaethon zurück. Und Amel ist weg. Amel ist irgendwie durch ein gesprungenes Dimensionstor irgendwie durchgegangen. Ja, sah ein bisschen aus wie bei Shadowlands, als der Himmel aufbricht. Ja, wenn er Shadowlands kennt, dann sieht man auch so den Himmel aufbrechen. So sah das Dimensionstor auch aus von Amel. Mal gucken, wo er hin ist. Mal gucken, ob er ihn wieder treffen. Nur wenn du es erklärt bekommen willst, ist es halt ein Spoiler. Nee, dann möchte ich es nicht erklärt kriegen, weil du halt ja gesagt hast... Ich hab ja gesagt, ich kenn die Geschichte noch nicht mit dem kaputten Flügel. Also das will ich dann auch selber erstmal rausfinden. Also bis jetzt weiß ich... Nix von Nineveh und den Delayen. Ehrlich gesagt. Da haben wir jetzt alle Filme geguckt. Warum machst du denn so ein Gesicht? Wir haben die Delayen gefunden und du hast sogar deinen Freund getroffen. Gibt es etwas, das du mir nicht erzählst? Erzähl ihm davon, was sich unter der Kathedrale zugetragen hat. Ich verstehe. Pater Amel. Ich denke, man muss persönlich da gewesen sein, um wirklich zu verstehen, was dort unten passiert ist. Sag Krier. Damals, als wir gegen die Dämonen kämpften, standen sie daneben und schauten zu. Es war, als würden sie denken, dass der Einfall der Dämonen keine große Sache sei. Lass mich da ein wenig mehr nachforschen. Du hast das sehr gut gemacht. Du verdienst eine Pause. Shandi ist auch immer so wichtig. Wirklich? Ja. Denke ich auch. Tröste Tyraein. So, und sprich mit Tyraein. Jetzt haben wir mal getröstet. Nur, ich muss mich um vieles kümmern. Ja, warum du hier bist, verstehe ich sowieso nicht. Du hast ein Königreich zu führen. Ich kriege da schon allein hin. Als ich nach Plekia kam, wollte ich Amel sehen und mit ihm sprechen. Mein Leben hat sich komplett geändert, nachdem ich dich und Amel traf. Daher hoffe ich, dass ich das auch mal für Amel bedeuten werde. Okay. Amel sagt, dass die Wege, die wir gehen, nun getrennt sind. Was soll ich jetzt tun? Das sind meine Gedanken. Okay. Auf der Welt gibt es einiges, das unvermeidlich ist. Denk nicht zu viel darüber nach. Jeder hat es schwer. Je länger man lebt, desto mehr Schreckliches sieht man. Ja, das stimmt aber ehrlich, ey. Das ist wirklich so. Als Jugendlicher hätte ich mir nie gedacht, dass ich Corona erlebe. Dass ich einen Krieg erlebe. Also, so wie er jetzt im Moment läuft. Bei uns ist er ja zum Glück nicht angekommen. Aber ich habe so viel nicht gedacht, dass ich das erlebe. Und echt, umso länger man lebt, umso mehr Schreckliches sieht man. Ist wirklich so, ja. Das ist echt faszinierend. Weil wir aber etwas Bedeutungsvolles inmitten dessen finden, haben wir einen Grund, trotzdem weiterzuleben. Amel, ja genau, immer die neunsten Games der Games. Muss man ja immer wieder neu zocken. Und wieder coole Filme und so. Amel hat jetzt zwei Freunde, die bereit sind, solche Mühen auf sich zu nehmen, ihn zu finden und sich um ihn zu sorgen. Auch wenn wir andere Wege bestreiten, wer weiß, wann sie sich nicht wieder kreuzen werden. Ich weiß, dass alles, was du jetzt tust, in Zukunft Großes bringen wird. Bist du fertig damit, die Erinnerung zu bergen? Willst du noch etwas sehen? Du überlegst sorgfältig und dir kommt etwas in den Sinn. Ich habe einen. Ich habe einen. Was habe ich einen? Wie du bereits weißt, brauchst du einen Gegenstand, der mit der Erinnerung des Besitzers zusammenhängt. Gib ihm Claudias Rosenkranz. Ah. Er ist alt, doch ich kann die Liebe und Wärme spüren, die von diesem Rosenkranz ausgehen. Okay, ich werde mit diesem letzten Material die Erinnerung für dich rufen. Du kannst deine Schuld später mit einem teuren Drink begleichen. Los geht's. Shandi hebt seinen Stab und ein blaues Licht erscheint, bevor es die Welt unmittelbar verschluckt. Jetzt sehen wir noch Claudias Erinnerung. Aha. Du scheinst in letzter Zeit so abwesend zu sein, Claudia. Wirst du jetzt sentimental, weil es einem Kind ähnelt? Den haben wir eben gekillt. Was geschieht nach dem Ritual mit ihm? Das ist der Pfad, der uns in die Zukunft führt. Der Wille des Ordens ist der Wille der Götter. Vertraue. Die sehen immer nach dem Guten aus, so weiß. Das Licht ist Ordnung. Zweifel nie daran. Und das Licht. Amel ist da ja so niedlich. Aber so jung. Gott, wenn du wirklich über uns wachst, hab Gnade mit diesem armen Kind. Vergib mir, dass ich mich abgewandt habe. Und erlaube mir, es in die Arme zu schließen. Gott, wenn du wirklich über uns wachst, da ist es weg. Tja, aber wo es jetzt herkommt, wissen wir immer noch nicht. Also, es lag da schon in der Wiege. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist, denn Vater, Mutter. Keine Ahnung. Oma, Opa. Das Leben ist eine Kette von Entscheidungen. Shantis Rute sammelt die mysteriöse blaue Lichtenergie. Selbst die weiseste Person trifft nicht immer die richtige Entscheidung. Selbst der tapferste Held kann eine feige Entscheidung treffen. Und selbst die schwächste Person kann eine Entscheidung treffen, die ihr Schicksal ändert. Der Junge namens Amel konnte aufgrund der Entscheidung jener Frau ein neues Leben anfangen. Das ist richtig. Amels Mutter. Claudia. Ihre Tapferkeit hat alles verändert. Ihr Mut bei dem Versuch, als Priesterin Leute zu beschützen und ihre Liebe, die ihr ermöglichte, Amel aufzuziehen. All das macht Amel zu dem, was er heute ist. Ich denke, ich kann ihn endlich verstehen, nachdem ich seine vergangenen Erinnerungen gesehen habe. Tirene berührt sanft Claudias Rosenkranz. Ich kann sogar darin die Wärme von Amel aus Plekia spüren. Hätte Amel entschieden, sich selbst aufzugeben, alle zu töten und Rache zu nehmen, wäre so viel Schreckliches in Plekia passiert. Aber Amel tat das nicht. Er versuchte dafür zu sorgen, dass es keinem so wie ihm ergeht. Er wachte über uns und leitete uns. Er war letzten Endes derselbe Amel, den wir kannten. Das reicht mir mehr als aus. Warum bringst du diesen Rosenkranz nicht zu seiner Besitzerin? Ich habe das Gefühl, dass sie uns erwartet. So. Es scheint so langsam, dass die Story zu Ende geht hier in Plekia. Vielleicht kommen wir gleich noch nach Voldis. Wir müssen aber auch noch die Items upgraden hier. Uiuiui, wir haben noch so viel zu tun. Jetzt wird es aber langsam wieder eng mit der Zeit hier. Wir sind schon wieder fast zwei Stunden am Streamen. Wie kann das immer sein, dass die Zeit so vorbeirast? Aber es ist so, wenn die Spiele interessant sind und die Story interessant ist, dann geht die Geschichte vorbei wie verrückt. So. Wir fahren auf jeden Fall hier mit dem Pferd. Wir fahren mit dem Pferd. Nee, ist klar. Warum fährt das Pferd denn? Das kann doch gar nicht fahren. Das reitet doch. Übrigens, ihr könnt hier Witze anfordern mit den Gary-Punkten. Ihr könnt jederzeit hier, wenn ihr Follower seid, Gary-Punkte sammeln. Als Abonnent natürlich noch schneller. Und dann könnt ihr hier Witze anfordern mit diesen schönen Gary-Punkten. Und da kann man, ja, noch andere Sachen mitmachen. Seht ihr unten auf dem Linderkreis bei Twitch. Also einfach wohlfühlen und Spaß haben. So, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aha. Wir bringen den Rosenkranz zurück. Dieser Rosenkranz. Der gehörte meiner Mutter. Mutter und ich waren dauernd auf der Flüge. Uns passierte immer wieder dasselbe. Wir konnten einfach nicht entkommen. Unser Himmel war bedenkt. Der Ozean aufgewühlt. Ich wollte es für eine Lüge halten. Aber man muss die Wahrheit anerkennen. Meine Mutter. Sogar in dieser Zeit der Sorge gab sie alles für mich. Sogar ihr Leben. Sie starb. Damit ich leben konnte. Welch Verschwendung. Amel. Heute ist mir etwas über dich klar geworden. Du hast dich nicht verändert. Komm mit uns. Es ist noch nicht zu spät. Ich kann nicht. Es gibt etwas, das ich tun muss. Thyrane. Abenteurerin. Unsere Zeit wird knapp. Ich habe viel aufs Spiel gesetzt. Es ist mein Schicksal. Ich habe es akzeptiert. Bitte. Versucht nicht, mir zu folgen. Es hat keinen Zweck. Wir wandeln nicht mehr auf den gleichen Pfad. Wie meint er das immer? Wo geht er denn da immer hin? Welchen gleichen Pfad? Ich verstehe gar nicht, was er meint. Welches Reittier meinst du? Die stört ein Reittier? Meinst du dieses hier? Oder den Käfer? Das hier? Guck mal, das kann sogar Q schneller sein. Geil, ne? Ich finde das total cool. Ich finde das Serverboard cool. Vor allem dieses Turbo hat, dass man halt dann mit schneller durch die Gegend kommt. Noch schneller.